Was wir als viertes zusammen machen, ist Kartoffelsalat. Klassisch sächsisch mit Mayonnaise als Grundbestandteil. Die Kartoffeln habe ich jetzt schon mal gekocht als Pellkartoffeln und geschält. Also die müsste man ein klein wenig vorbereiten. Die müssen ja kalt in den Salat, weil sonst würde die Mayonnaise stocken und das wollen wir ja am Ende nie haben. Fangen wir jetzt an mit dem Dressing für unseren Salat. Jetzt machen wir die Würfelchen alle etwas fein. Die Gewürzgurken, auch etwas so groß wie den Apfel schneiden. So, hier nehmen wir jetzt wieder rote Zwiebeln, weil die würden jetzt farblich wieder im Salat gut passen. Damit es ein bisschen sämischer wird, ein Schluck von dem Gurkenwasser. Das hat den unendlichen Vorteil, dass es schon einen Geschmack hat, den wir auch im Töpf drin haben, äh in der Schügel drin haben. Und sorgt aber auch gleichzeitig für eine schöne Konstanz. Schmeckt man das Ganze ab mit einer Präse Zucker. Und ein wenig Salz und Pfeffer. Und dann müssen wir bloß noch die Kartoffeln in den Salat schneiden. Den Kartoffelsalat ruhig auch einen Tag vorher machen, weil zum einen müssen die Kartoffeln ja wirklich kalt für den Salat sein. Und zum anderen ist es hier wie bei den Linsen und auch bei dem Rote-Bete-Salat, dass der ein klein wenig durchziehen kann. Nach einem kleinen Farbtopfer machen wir noch ein bisschen gehackte Petersilie rein. Und dann hätten wir schon eine weitere Komponente für unseren Weihnachtsschmaus fertig.